Hallo Leute, herzlich willkommen zu Anom. Klugen Video. Wie klugen Video. Aber heute werde ich euch alle meine lieblingsmitteltraktoren aus dem Mods und ohne Mods zeigen. Und wir fangen mit dem Case IH 7250 Pro an. Ist natürlich mein Lieblingskollege, auch von den ohne Mods halt. Kaufe ich die auch immer. Ich sag halt nur kurz was. Okay, dann zum Fendt 828. Ey, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ey, ist halt cool, sag ich mal. Aber sag ich, kann ich halt nichts zu sagen. Jetzt der Fendt 820 Vario. Boah, also Innenausstattung zählt. Blinker zählt. Ich werde immer auf die Details achten. dann der Fendt 724 Vario. Ich muss auch mal ganz kurz auf Toilette. So, packen wir den mal hier. Linker aus. Und ich würde sagen, bis gleich. So, weiter geht's. Schnelldurchlauf. Okay, wir sind erst bei einer Minute, wollte ich grad sagen. Okay. Dann der New Holland, 160, 55. Das ist 0% mein Gebiet, wie ihr sehen könnt. Er fehlt halt nur 16 kmh. linker, joa. Er hat eine 360 Grad Drehung. Er hat nicht mal die Dinger hier. Okay. Aber, äh, Hilfe. Aber, okay. Dann haben wir hier den, ähm, John Deal 1840. Habe ich jetzt auch neu aus dem Mod-Menü rausgeholt. Schöne Innenausstattung, ne? Ach, du Scheiße. So, jetzt der John Deal 6215 R und guckt euch mal die Felgen an. Ha, sag ich nur dazu. Das ist mir richtig cool. Dann haben wir noch den Massi Faggason Standard. Top. Ey, das finde ich auch mit dem Blauen richtig geil. Auf die Aufnahme achten. So, er hat sogar oben ein Kennzeichen. Blinker. Ist am Start. Cool, ne? So. Und hier der New Holland T680. T680. Immer noch geil mit den kleinen Minifelgen. Okay. Blinker. Gut, am Start. Ja, doch, wir haben mehr, ne? Autsch, als letzte Folge. Okay. Dann noch der Schlüte, 2500 Foul. Das ist der Typ, der nicht gut lenken kann. Jetzt beweise ich euch das auch mal. Warte. Guckt. Ja, okay. So schlecht kann er jetzt auch nicht. Aber ihr seht schon. Blinker. Funktioniert. rein mit dir. Scheiß drauf. So, letzter ist der Ursus. Robert. Natürlich geil. Und weil das jetzt schon so lange dauert, muss ich jetzt direkt hier reinfahren. Ah, Hilfe. Ähm, so. Ich würde sagen, das war's dann. Und ich würde sagen, ja, man sieht mein Gesicht nicht, aber ich würde sagen, ciao. Ah, nee, ciao.